Ja, hallo, und da sind wir wieder mit Seiler der Männlichkeit. Ja, wir sind jetzt in der Stadt. Wir suchen irgendwie nach einem Gegenstand. Ich weiß nicht, ob ihr hier findet. Wir haben gerade ein Fragment vereint, aber wir brauchen Inverts ohne Sumpf zu klären. Und, äh, normal durch Längen kann man schon nicht. Und ich kann auch nie probieren. Trotzdem werde ich mir das zuerst anschauen wegen dem Fragment, das wir beantworten. Das ist wirklich bei Briefträger. Briefträger. Äh, Entschuldigung, Briefträger. Äh, oder bei der Post, weil sie es hat. Ja, genau. Was ist mit dir? Okay, ich rede es erst über die. Ja, ja. Und zack und zack, wir schreiben immer mehr und mehr. Und das ist mit dir. Guten Tag. Hier kann man die Magnus Schwertfägel vom Meister Magnus bestellen. Wie er wertvolle Tipps an der zum Sonderpreis kommt. Mit zwei Provinen. Wie ist das bestellen? Äh, was bringt mir das Zeit? Bestellen es mal. Vielen Dank für deine Bestellung. Das müsste bald da sein, also Frag ab und mal bei uns. Ja, okay. Das heißt, du musst mir nur später kommen. Ich hoffe, das Teil prüft mir vor kurzfristig. Ich zahle nicht einfach. Ich zahle nicht einfach. Zahle nicht. Ähm. So. Ich habe gehört, dass die wenig den Menschen das vorgegeben haben. Aber ich glaube, dass die wenig wirklich niemand hat sie bisher gesehen. Äh, ja, ich schon. So. 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 nicht wahr siehst du aus ich würde auch gerne abenteuer nicht du brauchst Pegasus Stiefel das trifft sich gut ich brauch Pegasus Stiefel wir haben gerade ein paar fertig gemacht als Schlumm Stiefel aber Schlumm muss dem schon noch den letzten Schliff geben wenn du schlafmütze Schlumm erst einmal eng äh wenn schlafmütze äh ich kann die Stimme nicht genau machen ähm alle nochmal wenn schlafmütze Schlumm erst einmal eingeschlafen ist wacht er nicht mehr auf willst du ihn aufwecken solltest du mal zum Laden der Hexe Syrup gehen die Laden ist auf der Karte mal hier ok die ist irgendein Tyrol erbaut da werden wir uns gleich mal heinhauen ok ich glaub wir haben ja wir suchen wenn wir das gefunden was wir suchen dann werden wir das mal machen das Schreis geht natürlich ja ja du du warte schlafen bitte ja schon ich lade Das ist ein kleines Schlössl, aber der ist im Haus. Du kannst doch ein Fragment verarbeiten und nehmen wir es aus. Oh, ich habe Fragment genug. Ja, ich bin leider nicht. Ja, weil ich kann es haben. Aber jetzt ist die DIN weg und jetzt können wir uns mit der Bahn. Und das ist schon mal gut. So. Ja, da ist zu. Oh, schluss, 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 blablabla. Aufmachen. So, müssen wir bringen. Aha, lustig. Und jetzt sind wir schon sehr sehr weit. Und sind wieder groß und dann. Und der, die Lüftzechen, nicht sagen, nur Schlüssel. Oh, warstig. Der Schlüssel zu fahren. Gibst du dir. Nein, nein. Keine Ahnung, wie du ihn bekommen musst. Aber ich bin halt viel. Bitte sag uns. Link. Und gut. gut er war es hoffen oh ja genau das war ja auch sind und man soll es große Geldbesorgung jetzt kannst du mehr Robine tragen das gefällt mir die Komponente also du musst mit einem Plan zu Achtung, ich habe immer noch einen Punkt. Wäre lustig gewesen. Da müsste man. Da ist mein Ding. Ich habe keine Ahnung, wo drauf kommt. Da kommt mein Spass. Was ist das? Letzte auf dem Publikum. Was ist da? ein Hund auch ich nehme es mal und die kann jetzt mit dem Moment gut ja auch nicht das Spiel nach Hause die 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 das ist ja jetzt das macht nicht und das ist das Gefängnis ja da haben wir schon rausgefunden dass das geht so ein Geld ist das ist eine große Robine 50 Robine Wahnsinn ja finde ich auch Wahnsinn Wien 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 Ja Und was bringt sich das jetzt? Null Wien War Wien 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 du hast uns vorhin sehr geholfen sie geht es am schnellsten über dich und reportet unsere bahn ja aber das ist die frage kann ich als kleiner wird diesen Gang das würde mich jetzt wirklich interessieren aber das werden wir jetzt rausfinden nein geht nicht das gefällt mir nicht das ist sicher irgendwo wieder also das ist es muss ja irgendwo da noch so ein teleport also so ein portal gehen man da wird es nicht wirklich weitergehen na da geht es nicht weiter hm m 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